und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer runde blast auf und ich muss mich direkt korrigieren ich habe nämlich einen fehler gemacht denn man muss noch was für die grapes muss man noch was machen und zwar europa heißen die dinger auch von groß kraft die muss man darüber spannen habe ich ganz vergessen gehabt ich habe jetzt in die tür eingebaut ob die die bäume draußen angepflanzt zwei stück damit die nicht mehr brennen und ich habe drei obsidian schon gemacht und jetzt möchte ich noch hier copper ist klar das war doch aluminium nicht blöd maul in aluminium wie macht man mal was sind jetzt ich habe sie wieder vergessen dann gibt es gar nicht was neu mit zink genau drei kupfer einzig die tür brennt schon wieder hau doch ab du kupfer und zink war nicht aluminium zink haben wir noch zink haben wir auch noch zink haben wir jetzt drei kupfer einzigen zwei kupfer mit drin 46 machen erstmal so weil zu viel kupfer will ich nicht verballern ich bin hier mal gespannt wo wir auch sehen ding an da können wir irgendwie wein machen oder so und mal gucken bin ich echt mal gespannt drauf sodass kupfer da rein und dann erzieht da rein und dann haben wir da haben wir es doch leere hand los dreh dich aber schön entschuldigung ganz schön umständlich muss ich sagen die was ihnen geht es zu machen aber die kann man auch wohl das könnte hinkommen das könnte hinkommen aber gut wir haben gleich auf jeden fall wieder ein bisschen was hier vom flex biert sehr gut dann können wir uns nämlich auch wieder pipes machen denn die brauchen wir sowieso pipes denn ich möchte jetzt mal ausprobieren hier langsam und zwar wenn ich jetzt kohle rein schmeißen würde und wasser natürlich jetzt wird dann alles zu eis hier verdammt stimmt stimmt wird ja alles zu eis so ja und jetzt brennt der zaun fackeln sind echt zum kotzen immer weg hä wo kommst du denn her also die tür aufmachen hallo wo kommen wir denn da hin du stück du doch die tür auf ey hammer der reisenhose getroppt der du cool iron leggings sind gut ok merkel wir sollten die tür zu bauen wegen diese komische commander diese da hier prügel wills hageln weg mit dir weg mit dir wie kam der jetzt wieder da hoch ne 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 geht man mit der modpec bringt mich um ehrlich ich komme nicht voran gar nichts da jetzt alle ich bin ja auch so was von intelligent manchmal jetzt war das schwert dabei jetzt die ja per gott du auch kackvogel das soll sterben was wo kommt der denn jetzt her ja sicher ja sicher ist schon klar oder ist klar ist klar aber sonst geht es ihnen glaube ich nur gut oder wo ich jetzt habe ich kein wasser mehr da drin video fisch kommt aber ab hier weg mit dir liegen knochen die brauche ich habe ich noch sagte soll es abhauen kommt du geht doch mein gott mein gott hammer haben mehr sage ich nur soll ich vielleicht bei knochen rumtage fallen oder sowas ich brauche knochen jungs hier um knochen da kommt also ein zombie giant ich glaube hat der ich habe keine ahnung wie der hochkampf vorhin gerade das ist noch ein tag oder ein eis nervt mich doch nicht mit dem eis ernsthaft so jetzt wollte ich das ausprobieren einfach nur nervt für knochen 7 oder sonne ja genau sie tolle wurst so wir brauchen jetzt kohle kohle und ich brauche immer zu schmelzen gehen wir mal eisen kohle fertig mal so bis hat eigentlich funktionieren wenn ich mir wasser mitnehmen habe ich sogar wenn wir uns mal zwei mit besser ist also müssen wir die rein machen können ja kann man auch genau wie jetzt kohle da reinmacht müsste der eigentlich hier geheizt werden obwohl der verballert viel zu viel glaube ich oder ich glaube da verballert zu viel wasser und dampf zu erzeugen aber ohne danke mein gott und noch ist auch nicht soweit normalerweise müsste gleich soweit sein dann müsste der eigentlich automatisch laufen der ofen eigentlich hoffe ich ich weiß ich weiß gar nicht wie viel der brauchte aber egal wir haben jetzt einfach mal voll und dann ist gut dann gucken wir mal wenn ich doch nicht bringen man soll es wenn nicht dann nicht so so ich lange hörte es fast voll müsste eigentlich eigentlich nicht funktionieren ich glaube ich weiß gar nicht mehr bei der hälfte oder so sollte so voll definitiv auch war noch mal schauen was haben wir überhaupt noch ja die fans und so ist klar wie ist die fans ist auch klar nach der floh fährt die leiser ja mit botanien die fischigen da brauchen block of redstone da soweit sind wir noch gar nicht liquid mittel die dinge haben wir auch noch nicht bei weitem noch nicht die haben wir auch noch nicht hat wir haben die quest für die jahr klar hier kann sehr breit kloppen der folge futter blass wohl sehr schön das fresh water kann ich mal mitnehmen kurz weil das dinge schon wieder leer ist so sehr schön haben alle zack zack können wir auch darin packen wie sieht er jetzt aus keine ahnung normal so müsste das eigentlich so funktionieren so wir müssen leider die bäume jetzt erstmal von hand kaputt klauen weil ich habe leider keine die axt geht leider nicht weil ich kein flint habe und ich habe keine ahnung wie ich flint kriegen soll auf dem alten weg am normalen weg geht es nicht ich müsste die spitzhacke hochskillen oder ich ziehe dich sogar schon hochgeskillt ich weiß jetzt gerade gar nicht egal wir können doch die bäume so hacken was solls weil wir brauchen mehr dirt bald mal 5 zipplinge wieder immerhin guck mal da kommen 8 aus zack wieder voll sehr schön haben wir gleich einen dirt mehr auch die wachsen das ist gut ein weiter dann sind die an dem obst das heißt diese karetchen sind fertig sehr schön sehr schön bei den eisner nerv einfach nur nerv so ich würde sagen eine karotte packen wir weg und eine karotte pflanzen wir noch an dann ist das mal scheiß drauf auf bäume obwohl ich kann auch passieren sehr cool weil jetzt gerade haben wir ja voll das essen deswegen ist auch gar nicht so schlimm passt so dann gehen wir dann auch noch hier anpflanzen das den kack stift hier da kommt ihr auch noch dorthin so so muss das sein da kommen noch ein paar mehr bäume müssen auf jeden fall wir wissen viel mehr setzlinge kriegen so langsam so machen wir jetzt ich habe keine ahnung ach skill xp oh die ist bald fertig sehe ich gerade skill xp was können wir dann abbauen die ist jetzt auf tin und es werden dann der nächste mal gucken mal schauen machen wir mal ein bisschen ab hier weil so viel ist ja nicht mehr also so viel braucht die nicht mehr ne 7 noch und dann hätten wir dann skill level durability oh und wieder tin und die kann immer noch skill krass krass toll immer noch tin nur ich brauche redstone freunde redstone höhe wäre geil redstone oder ja redstone erstmal wäre auf jeden Fall richtig gierig mal so langsam immer so ein stress immer ein stress hier hobbit von meckernisse mehr meckernisse können wir können wir weg im ende ich glaube meckernisse können wir auch noch nicht anfangen ich glaube da brauchen wir auch für den wir brauchen ja als erstes diesen ich glaube den hier achten achten ach komm gar nicht darüber nachdenken ist ja der hammer hat wir dafür brauchen da sieht man es da sind die bische webel liefs und ich weiß ehrlich gesagt nicht ach toll so nochmal ich glaube dann kommen wir irgendwann so bären dran oder sowas denke ich denke ich hoffe ich weiß es nicht mal gucken mal gucken aber ja was machen wir jetzt ich weiß es nicht ich will auf jeden Fall schon wieder da oben hinten noch was da will ich abhaben komm her du so eigentlich müssen wir einfach weiter farben damit wir brass machen können damit wir ja eigentlich allen möglichen geschiss machen können na du kommst mit du auch du nicht du auch nicht dich brauche ich auch gerade nicht dich auch nicht ach so ja ich muss noch näher die ins macht werden sollen mehr obsidian also mehr lava um genau zu sein jetzt legen wir uns mal hin und dann gehen wir wieder auf fahren noch ein bisschen noch ein bisschen zeit haben wir ja noch deswegen ich geh mal einfach mal jetzt ein bisschen farben wieder geh mal hier raus wie gut ist da vorne ist nämlich schon wieder ein ich weiß gar nicht können wir nether quatsch ab wenn wir nether quatsch abbauen könnten das wär gierig weil dann könnten wir ähm dann könnten wir nämlich auch den grime stone machen für flint das können wir mal ausprobieren ob wir nether quatsch abbauen können weil theoretisch müsste das ja gehen weil das kann man ja auch schon ziemlich früh abbauen eigentlich aber das kann man ja ausprobieren ist ja nicht das problem so lassen wir auch hier danke da ist ein bisschen kohle können wir auch mitnehmen kohle brauchen wir sowieso für den steam power mod jetzt dann hallo also einfach runterfällt stück do lass mich hoch lass mich hoch ich glaubte da haben wir schon ausgebeutet hier kann das sein ja harvester will ein bisschen nicht das ist mir schon klar aber ich will auch ganz nah oben ja können wir ja ja sehr geil das heißt nämlich wir können uns in grindstone machen haha und das war noch groß und gibt doch hier du sehr schön aber cool cool das können wir heißt wir können uns jetzt close so machen wir können uns unsere lambe extra wieder reparieren das in der namen ein endermann ein endermann der lässt nicht jeder ran na 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 das ist doch sehr sehr geil das heißt wir können uns jetzt flint machen mit einem grindstone das heißt wir müssen jetzt einfach nur stein backen und jetzt wollte ich mal gucken hat er jetzt eigentlich schon oh der boiler ist explodiert schön sehe ich gerade mal ja das kann auch was sehr schnell passieren aber warum hat er mit dem heater das nicht funktioniert hier hm verstehe ich nicht eigentlich sollte das funktionieren egal dann hat es halt nicht funktioniert punkt aber ist die kohle auch weg natürlich aber wir haben ja kohle gefunden zum glück das wir brauchen drei steine waren glaube ich ne für den grindstone kurz grindstone dann können wir uns den eigentlich bauen genau drei normale ein bisschen holz brauchen wir dafür für ein gier das ist auch nicht das problem ein gier ich verarschen boah da musst du da jetzt drauf knippeln ey auf den scheiß anvil da unten dann machen wir das doch wo ist der hammer wo ist das ding denn da 1 1 2 3 4 können wir den eigentlich mitnehmen können wir oben hinbauen ne wow hm harvestable yes ja sehe ich ach lassen wir das haha lassen wir das mal so das sei es lieber nicht so so schon mal dran gewachsen nö sieht nicht so aus ne aber schön aber manchmal bin ich so ein gesicht ne das gibt es gar nicht ja von mir sind die komplett fertig gewachsen das ist aber gut mal schauen ob da was passiert ich weiß es nicht so hm ja ja wir haben den grindstone ja jawollingen endlich endlich was neues sauber gravel durch da geflinnt flinnt gib mir flinnt ja flinnt endlich flinnt endlich können wir die reparieren ich fass es nicht ist das schön ist das schön endlich mal endlich was geschafft und ich wollte schon wieder vorbei gibt es ja gar nicht hm hm das ist mir schlecht dass die folge vorbei ist hammer wie viel flint denn da wie viel flint passt denn da rein hm 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 most majors ich hoffe die hinter drei ich dann flinne vind ich muss noch ein bisschen grapple machen jetzt werde ich noch ein musa noch ja was ist so guck mal sind reicht immer noch nicht das reicht nicht reicht nicht okay dann aber bitte einer zu klump und jetzt müsst ihr euch reichen ich glaube das komplett fertig dann dann müsst ihr da ich komplett durch sein dann haben wir eine lampe x da könnte ich die aufwerten auf eisen denke ich mal die ist fertig wir haben noch ein eisenblatt haben oder schon da wir sind ein obsidian nämlich gar nicht aufhalten dann nachher machen wir direkt eisen gut ist da ist er nämlich zack eisen punkt so ihr schnutzpuckel dieses auf eisen so hier weg mit dir kackbaum so sehr schön bei einsetzling ich brauche brech ab hier ja nicht zu viel warum auch so wie ist das jetzt mit den grapes hier wie funktioniert das jetzt schere nein nein schere nicht okay böse schere nein da dran geht doch jetzt wieder neu setzen ich habe keine ahnung bestimmt ich kenne mich ich kenne mein glück aber irgendwann muss doch was kommen da man kriegt doch mal hier so bären oder so weintrauben immer zum schnabulieren kommen mir egal wir haben wir haben jetzt wir haben ein bisschen was geschafft unser boiler es explodiert ist natürlich auch sehr geil wir haben englisch wir haben das akzeption gelaufen so ein bisschen ja das funktioniert doch sehr gut dann werden wir die folge jetzt erstmal wieder und wie immer sage ich zu euch wenn euch die folge gefallen hat lassen leichter lassen aber da lassen kommentar da sonst für einen schönen tag an schön aber wie auch immer wir uns beim nächsten mal bei einer runde lassoff schüssingen